einen schönen guten tag liebe leute und herzlich willkommen zu minecraft 4te vs infinity folge 66 richtig ja mit dem hawkend und mir die hatten in der letzten folge mein schwert verloren deswegen habe ich jetzt gerade ein neues gemacht was genauso nur dass ich diesen diesen wie heißt er jetzt xp booster drauf gemacht wir wissen ob das funktioniert obwohl wir genug erfahrungspunkte haben ja so ein zwei haben wir schon im petto ja genau ich werde auf jeden fall noch mal jetzt mir eine rüstung bauen weil ich aber gar keine mehr die ist auch weg ja sonst habe ich nichts wirklich verändert mir ist eine schöne rüstung was heißt ich glaube nur brustbranzer und schuhe machen das andere ist mit licht was mache ich denn so liebe leute mich werdet da gleich wieder in die luft fliegen sehen was ist normal nee aber ich werde jetzt mit unstable ingots casten und da gehe ich einfach mal davon aus dass ich drauf gehe also wenn du da irgendwie was brauchst dann sagt mir bescheid so ziehen wir mal alles aus was wir haben gehen wir mal ein stück weg von unserer basis bitte nicht wieder direkt direkt daneben ist relativ ne stehst du ach obsidian brauche ich so und jetzt machen wir gleich erweiterte mathematik würde ich sagen ach das ist der benächteste da wollen wir mal dividieren ist jetzt in die luft so ja 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 und ein schwein gehabt alles funktioniert alles gut weißt du was ich lebe noch was ganz schreckliches erzählen was mir aufgefallen was mir noch fehlt meine portugan nein doch nein das ist schon mal schön auch ne echt also wieder von anfang ach man aber jetzt haben wir wenigstens wüstkraft schon mal dann können wir da auch ein bisschen was machen jetzt ist der ambush wieder kaputt das ist auch ziemlich hohen ambush verschleiß soll ich direkt ein auto ambush machen so dann werde ich mich jetzt mal stechen und mir selbst dauerhaft ein herz einziehen wie geht das damit du die flügel bekommst ne ne damit ich die dings kriege die ähm die ähm die ähm die gießkanne ne die gießkanne genau und machst du jetzt so ein schwer zu machen so ein unstable schwert das brauche ich um das soul fragment herzustellen soulcrafting ok schauen wir mal das heißt im pvp kann ich jetzt lässig fertig machen du mit deiner gießkanne und deinem 1 herz weniger wie funktioniert das soulcrafting ähm warte ich jetzt nochmal ok 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 hallo liebe leute ich hab das noch nie gemacht muss ich dazu sagen ich weiß dass es geht aber nicht genau wie ich leute auch nicht also ich hab mich nur so halbherzig mit dem komischen glaube ja also geht das ich weiß nicht ach 3 herzen hat mich das gekostet echt 3 herzen du scheiße dauerhaft krieg ich nie wieder das liegt echt zuckerschön das tat weh ich komm dem wie gar keine erfahrung mehr an bei diesen da bestimmt gar keine mehr war wo kommt keine mehr ja wahrscheinlich wenn die wenn die tanks nebenan leer sind dann haben wir nix mehr miss dann bringt mir der auto am bus jetzt auch nichts ne ach scheiße jetzt will ich hier nicht so lange warten ja auch noch bedrockium ok davon brauchen wir vier stück das macht dann 16 quadruple 16 trippel und vier diamant blöcke na gut achten mit diesem kompress steigen kannst du bedrock machen ja oder was ja also bedrock nicht bedrockium damit kann man auch richtig krasse werkzeuge bauen mit richtig hoher haltbarkeit ja die sind aber auch ganz schwer die dinge also achso was war das ähm triple quadruple 16 trippel 16 quadruple 15 davon klick klick 18 und dann noch ö Gibt es nur Schutz 4 oder gibt es auch Schutz 5? Gibt es auch Schutz 5, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. Puh, hab ich gerade bei der Anfehler gemacht. So. Und so. So, jetzt bin ich überall mit Schutz 4 ausgerüstet. Also zumindest Brustpanzer und Dings. Die Brille kann ich auch verzaubern. Aber ich kann auch... Boah, bin ich langsam. Geht jetzt in die Luft? Was? Geht jetzt in die Luft? Wer geht in die Luft? Du? Ne. Aber solange man Bedrock hier mit sich rumträgt im Inventar, wird man extrem lahm. Echt? Ja. Deswegen hat man auch... Ich bin gerade extrem langsam. So, dann muss ich mal ganz kurz hier eine Forschung machen. Tut mir echt leid. Ja, das müsste eigentlich leicht gehen, ja. Da ist sie. Die magische Watering Can. Hast du sie jetzt, ja? Ja. Cool. Die sollten wir auch besser nie wieder verlieren. Ja, das hatte ich... Sonst musste ich wieder drei Herzen zupfen. Das nächste Mal opferst du drei Herzen. Ne, ich brauchst die ja nicht. Du brauchst doch die Ressourcen auch. Ja, ja. Das war ein Spaß, Mensch. Ach, das geht über Luft. Okay. Zombie? Ich höre schon wieder ein Zombie. Okay. So. So. Jetzt kann ich mit diesem Helm machen. Und so? Ehen hier. Wir haben einen Helm. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Taumium... ...stellen. Scheiße. Okay, in der nächsten Folge oder in dieser noch hole ich auf jeden Fall Monster an. Nein, scheiße. Jetzt liest du gerade Slime runter. Ah, ne gut. Plus ist es gestoppt. Das Stromgabe hier, das leiden wir uns mal aus. Oh, das ist ja ein grünes. Naja, verdammt nochmal. Richtig, was ich gerade mache? Das ist gar nicht richtig. Immer 15, sondern die 50. Nur 7, nein. In meiner Gegenwart blubbert irgendwas. Ihhh. Klingt ganz komisch. Ja, ich habe gerade Taumium hergestellt. Ja, ich leckte es gerade ganz schön. Bist du ja auch. Nö, noch nicht. Aber nicht schön. Es tut mir echt leid, liebe Leute. Ich hasse es, wenn es leckt. Wer nicht. Ja, wer nicht. Ich bin mir vor, irgendjemand mag es. Ja, ist geil. Es leckt wieder. Hey, yeah. Geil. Das leckt des Tages. Kann bestimmt meine Kaputte nicht verwenden. Na, naja, wieder fast klar. So, ich hoffe, das ist ungefähr die Mitte. Jetzt muss ich eine neue davon machen. Du kannst mir eine andere Brille der Erinnerung haben, wenn du möchtest. Jip, 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 jip. Ich habe mir immer noch nicht gemerkt, wenn man die Brille der Erinnerung macht. Jetzt habe ich es. Ist deine kaputt, oder was? Ja. Das blöde ist, ich brauche nochmal vier Leder. Ich glaube, die haben wir nämlich nicht mehr, ne? Ich habe gar keinen Leder. Deswegen habe ich ja die Bücher schon mit der anderen Methode gemacht. Ach, schade. Na, komm schon. Wird fertig. Gucken wir mal, wo wir die Conduits gelassen haben. Conduitbinder. Laufen gar keinen mehr. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du irgendeinen Quatsch einsammelst beim Vorbeilaufen? Weiß was? Nochmal bitte. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du irgendeinen Quatsch einsammelst beim Vorbeilaufen? Ja. Das passiert mir meistens, wenn ich auf dem Dach komme. Ja, dann sowieso, ja. So. Ja, da muss ich eben ganz schnell mal lossprinten und Kühe töten. Hui! Was macht der denn da drinne? Das ist mit dem nicht in Ordnung. Was hast du denn gemacht? Da hat sich ein Creeper in unserer Dings verirrt, in unserer Farm verirrt, in unserer Bärenfarm. Oh. Jetzt wird es schon wieder dunkel hier draußen. Ja, wir müssen. Ich will gerade Kühe sammeln. Kannst du mal ins Bett gehen? Das ist nett gesagt. Kannst du mal ins Bett gehen? Ich bin gerade mitten im Wald. Dann gucke ich mal, ob ich ein anderer Bett finde. So. Achso, warst du das eigentlich? Ist das nicht immer noch da? Ja, ja. Guten Morgen! Ja, guten Morgen. Die nächste Zauberung, die ich mir auf jeden Fall losse, ist Plünderung. So, das sieht jetzt mal richtig aus. Hat der echt keinen Leder fallen lassen? Okay, das geht nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ah nein, Äpfel nehme ich mit. Wobei, Äpfel haben wir jetzt auch unendlich, ja? Was haben wir? Äpfel haben wir auch unendlich. Äpfel haben wir auch unendlich, ja. Hat die Kuh auch keinen Leder fallen lassen? Ich habe jetzt zwei Kühe gerade getötet und ja, weil ich keinen Leder fallen lassen. Ist das nicht fies? Böse Kuh. Darf kann man am Leben lassen. Und schon, ich brauche Kühe. Gibt es ja nicht, dass sie sich nicht schämen. Ja. Die waren auch schon drinnen, war? Da, 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 da. Ach man, ich kann doch nicht ohne meine Porto. Aber sobald wir irgendwie in der Lage kommen, dass wir den Wetter ganz oft töten können, ganz leicht zumindest, dann können wir uns der Welt bauen. Oder hoffen, dass wir nochmal welche in den Loots finden, in den Looting Chests. Den Wieser willst du denn? Ja, damit wir, ähm, das ist alles da, bekommen, weil mit den Asersers kannst du ja auch Portalguns bauen. Ja. Und den Asersers brauchen wir für alles mögliche. Ähm, du bist gerade, bist gerade an der Base. Ja. Oder unten. Kannst du vielleicht, ähm, ganz schnell ein Stack Carbis drum rüberschicken. Oder am besten noch viel mehr. Und nacheinander. Wie viel lang gerade... Was verstehst du denn unter viel mehr? So fünf Stacks. Ich will ganz viel Monster holen. Okay, pass auf, dann schicke ich dir einfach... Ich, ich klicke gerade schon. Oder sag mal, ich klicke kann. Ich schicke dir die drei Dinger. Okay, klicke. Ja. Ah, danke. Hm, äh? Ich hab sie nicht. Das sollte erstmal ein ganzer Sack voll sein. Ich, ich hab sie nicht bekommen. Ja, wir waren gerade immer im Inventar, sind aber direkt wieder verschwunden. Da unten, glaube ich. Okay, warte. Klickst du? Ich klicke. Jetzt. Vielleicht hab ich zu schnell geklickt, dass die direkt wieder weg waren. Ich glaub, dass das ein bisschen zu viel ist. Probier's aus. Mann, ich kann... Ja, ich hab mir in den Inventar verirgelt. Aber danke. Bitte. Ich kann mir alles mit meinem Beutel reinklatschen. So. Äh, wo ist denn mein Blocktauschzauber? Äh, mein F? Nee. Achso, ja, nee, alles nur noch. Cool. So, gehen wir mal davon aus, dass ich alles richtig gemacht habe. Dann sollte das jetzt da unten richtig abgehen. Mit unserer Produktion. Muss ich mir zwei Sachen kommen. Nur Mostern und Kühe. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jawohl, so wollte ich das haben. Ah, ich hab die Phenolienzapten noch nicht erforscht. Mach ich die noch kaputt hier. Huch. So. Auf die Art und Weise werden jetzt die Bären wesentlich schneller wachsen als vorher. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier wesentlich mehr reinkriegen. Ey, cool. Das war die drei Herzen hoffentlich wert. Ja, bestimmt. Hast du dich echt schön geopfert? Einer muss es ja machen. Dann machen wir die nächsten Äpfel. Ich kann nur heute ja jetzt diese Kanister machen. Ja. Geben wir hier jetzt ein bisschen mehr eben. Also drei wären schön, weil dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Ja. Und ich will demnächst mit Bloodmagic anfangen, damit ich ein bisschen cheaten kann und die Niveau zu mir bringen kann. Die ganzen Wegpunkte sind ja alle weg. Das müssen wir wieder neu machen. Okay. Wie lange sind wir drauf? 18 Minuten. Ja, was können wir denn da noch kurz machen? Ich muss zur nächsten Folge das Ganze zu versüßen. Kühe töten. Äh, was für Wege haben wir alles, um Leder herzustellen? Willst du mal ganz kurz gucken? Na ja. Na, aber gern doch. Wenn du nicht weißt, was man machen möchte. Also, die gute Nachricht ist, wir können das auch aus Impel-Leder machen. Ja, das weiß ich schon. Aber dafür haben wir zu wenig. Naja. Wir könnten das mit Botania machen, aber mit Botania haben wir noch nicht mehr wirklich. angefangen. Ja, bis jetzt nur dieses Leberholz und Laving-Style-Stone, ne? Mehr noch nicht. Ach, du hast ein Auto-Envil hierhin gemacht. Ja, aber war ja noch nicht genug Essenz da. Aber der trinkt überhaupt nicht. Nee, wir hätten da noch nicht genug Essenz. Jetzt trinkt der. Er hätte auch so nicht getrunken. Äh, da stand auch ein bisschen komisch da, ne? Das ist denn falsch angeschlossen. Ja, ja. Da hab ich mir fast gedacht, dann musst du mal den Strom anschließen, oder wie? Oder was war das? Nee, nee, nee. Aber du musst natürlich schon dafür sorgen, ähm, dass der hier richtig verkabelt ist. Sonst geht das nicht. Alles klar, Meister. Wolltest du echt Marble haben, ja? Warum nicht? Wollen wir es nicht brauchen? Aber es sieht so schön aus. Nein, na, fuck it. So. Da geht's rein, da geht's raus, hier geht's rein. Er steht auch ein bisschen tief irgendwie, finde ich. Aber egal. Was sagst du? Buch hab ich gesagt. Buch? Ja. Ähm. Wenn du mal lustest, kannst du an der Diamond Chess gucken. Waaaaaah. Oh oh. Nein. Ist er runtergesprungen? Ja. Ich hab das Wasser um einen Block verpasst. Achso. Machst du doch auch einen Longfire Boots. Oder irgend sowas. Oder willst du meinen Glider haben, oder so? Ja. Ich will es noch gar nichts. Ich will Gottverdammte Flügel haben. Ja, ich will auch Flügel haben. Am liebsten will ich... Kann man sich aussuchen, welche Flügel man haben möchte? Ja, klar. Echt? Ja, ich will diese Drachenflügel, diese... diese Data-Flügel haben. Willst du die Bezuhaben? Die Feenflügel, oder? Na, nein. Ich nehm dann die durchsichtigen, bitte. Die unsichtbaren. Echt? Feenflügel. Was ist das für ein schwuler Blödsinn? Ja, Rudolf, du willst die Feenflügel haben. Also echt, das wissen wir nicht. Wie kommst du auf die beklackte Idee, sag mal? Bist du so ein Feenflügeltyp? Was bitte kennst du mich denn als Feenflügeltyp? Überzeihung. Bist jetzt hab ich jetzt worden, aber die Ender-Dings nicht mehr. Ey, jetzt red dich nicht raus. War ein Spaß. Ich bin ein Feenflügeltyp. Mann, war ein Spaß. Was machen wir jetzt? Kannst du mir mal kurz den Dolly bitte schicken? Den Dolly? Ja. Vielleicht geht es ja damit auch. Was willst du denn machen? Äh, ich will einen Spawnertrapple transportieren. Ein Dolly? Interessant. Ich hab gewusst, dass es auch geht. Vielleicht geht es aber auch nur mit dem Diamantspawner. Äh, Dolly. Ich schon. Hast du den schon? Interessante Idee. Aber ich hab's mal in einem Video gesehen, aber da hat er einen Diamantspawner. Klick, 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 klick. Ich klicke doch schon. Hast du ihn? Nein, hast du nicht. Also nochmal. Ich klicke die ganze Zeit? Jetzt hab ich einmal ganz so ausgehört zu pflegen. Klick. Hast du ihn? Jetzt hast du ihn. Ja. Nee, geht er ja nicht. Aber ist doch wahrscheinlich kein großer Unterschied zwischen den beiden, oder? Ich hab einen Warnerschein. Wow. Ich hab mal den Dolly wieder. Kann man den auf... Die haben wir Upgrade? Ja. Ah, ich hab gerade den Swanner kaputt gemacht. Oh, nein. Ja, weil es gerade dunkel wird. Ich dachte. Du bist doch Kirre. Mann, das ist so ein Spülenspin-Swaner. Davon haben wir ja schon zwei. Man kann nie genug Spawner haben. Alles in Ordnung. So, pass auf. Wir haben auch noch diese komische Erde. Ist doch alles ganz cool. Sag Bescheid, wenn du wieder brauchst. Ich tu ihn erstmal dahin, wo er war. Jep. Gut. Ähm, sind wir rum? Warum mal noch Leder, ey? Äh, wir haben schon, ja. Dann ist es wohl Zeit für den... Ähm... Endpunkt dieser Folge. Time for wrapping up. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute.